Es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern diese Woche. Ein Jahr Corona in Deutschland. Yeah! Herzlichen Glückwunsch, verficktes Arschloch-Virus. Ich würde ja gerne Konfetti-Kanone abfeuern, aber du weißt ja, Aerosole. Nein, ich will ja hier auch immer ein bisschen gute Laune verbreiten und deswegen reden wir heute über das Thema Impfung. Ja, da sehe ich doch schon, wie der ein oder andere zu Hause ein kleines Gesichtsfeuerwerk abfeuert. Wir fragen uns heute, warum gibt es zu wenig Impfstoff in der EU? Was passiert jetzt mit den deutschen Impfzentren? Werden wir wirklich alle bis zum Sommer geimpft? Und wenn ja, bis zu welchem Sommer? Das alles jetzt. Vor einigen Wochen noch hieß die Losung im Kampf gegen Corona Testen, Testen, Testen. Jetzt heißt es Impfen, Impfen, Impfen quasi der kategorische Impferativ. Puh. Deutschland krempelt die Ärmel hoch, heißt der Slogan der Bundesregierung. Mein Tipp, krempeln Sie die Ärmel lieber noch ein bisschen runter. Das könnte auf die Dauer ein bisschen kühl werden. Ist ja noch Winter und wer weiß, bis Sie Ihre Impfung bekommen, wird es vielleicht nochmal Winter. Nein, Scherz, bitte erwarten Sie nicht, dass ich hier in selbe Hysteriehorn blase wie die Bild-Zeitung. Da liest man ja nur noch vom deutschen Impfdebakel, von einer Katastrophe, vom Irrsinn. Kurz, es sind mal wieder Superlativwochen im Hause, Springer. Aber wenn ich mich da eben mal selbst aus dem September 2020 zitieren darf. Tatsache ist, es läuft so einiges schief auf Deutschlands Weg zur Herdenimmunität. 400 Impfzentren wurden im ganzen Land gebaut. Jetzt stellt sich aber heraus, dass es gar kein Serum gibt, das man da verimpfen könnte. Das ist so ein bisschen wie, wenn Sie lauter neue Multiplex-Kinos bauen und dann aber am Eingang zu den Leuten sagen, Filme? Achso, nee, Filme haben wir keine. Popcorn? Auch bei der Terminvergabe für die über 80-Jährigen, die diese Woche startete, ruckelte es noch ganz gewaltig. In NRW zum Beispiel war die Vergabe-Hotline teilweise nur nachts um zwei erreichbar. Wobei, nachts um zwei, da gehen die meisten 80-Jährigen doch eh zum dritten Mal pinkeln. Da kann man das doch verbinden, oder? In Schleswig-Holstein ist man sogar dazu übergegangen, die Impftermine vom Ticketanbieter Eventim vergeben zu lassen. Ich weiß ja nicht, was ich persönlich schlimmer fände, wenn ich mit der Impfung noch einen Chip von Bill Gates kriege oder ein Ticket von Andreas Cavalier. Das größte Problem ist aber der Mangel an Impfstoff. Daran ist aber nicht Deutschland schuld, sondern die EU, deren Ratspräsidentschaft Deutschland bis vor kurzem noch innen hatte. Verdammt! Es wurde offenbar zu zögerlich und auch noch bei den falschen Anbietern bestellt. Jetzt gibt es auch noch Lieferschwierigkeiten. Wer heute so ein Vakzin will, kommt sich vor wie jemand, der 1987 in Dessau eine Kiwi wollte. Viele Politiker haben deshalb gejubelt, als sich herausgestellt hat, dass man aus den BioNTech-Ampullen statt fünf Impfdosen sechs rausziehen kann. Das klingt nach einer geilen Schnäppchen-Idee, ist es aber nicht. Denn zum einen hat die EU bei BioNTech nicht Ampullen, sondern Impfdosen bestellt. Soll heißen, wenn aus einer Ampulle dann mehr Impfdosen rausgezogen werden, sagen BioNTech und Pfizer, coole Sache, dann müssen wir euch ja weniger Ampullen schicken. Zum anderen klappt das mit dem aus fünf nach sechs nur, wenn man spezielle Spritzen benutzt, die die EU nicht bestellt hat. Und wenn der Arzt, ich zitiere, über ein gewisses Geschick verfügt. Ein gewisses Geschick, was soll das denn bitte heißen? Bedeutet das, dass der Arzt dann neben mir steht und sagt, bin mir nicht sicher, ob ich damit noch eine Impfung für Sie rauskriege. Aber gucken Sie mal, ich kann mit meinen Rezeptblöcken jonglieren. So richtig undurchsichtig ist die Sache momentan mit dem anderen großen Impfstoffhersteller AstraZeneca. Deren Impfstoff hat den großen Vorteil, dass man ihn nicht so stark kühlen muss wie den von BioNTech. Er hat den großen Nachteil, dass es ihn noch nicht gibt. Zumindest nicht in der EU. Das Zeug wird voraussichtlich erst heute zugelassen. In Deutschland wahrscheinlich auch nur für unter 65-Jährige. Und schon jetzt ist klar, dass deutlich weniger Impfstoff geliefert wird als gedacht. Die EU ist deshalb richtig sauer. Der Chef der Firma sagt aber, dass AstraZeneca sich im Vertrag mit der EU nicht zur Lieferung bestimmter Impfstoffmengen in einer bestimmten Zeit verpflichtet hat. Es gäbe nur eine Best-Effort-Vereinbarung, soll heißen, AstraZeneca liefert das, was sie haben, wenn sie es haben. Kennt man ja von Amazon. Da gibt es ja auch bei der Bestellung immer die Möglichkeit, Lieferung morgen, Lieferung in zwei bis drei Tagen oder Lieferung wann immer ihr Zeit habt. Macht euch bitte keinen Stress. Sie sehen, da gibt es noch einiges zu besprechen. Und deshalb treffen sich am Montag auch die MinisterpräsidentInnen Jens Spahn und Bundeskanzlerin Merkel zu einer Extrakonferenz nur zum Thema Impfen. Bin jetzt schon gespannt, welches Handyspiel Bodo Ramelhoff diesmal spielen wird. Dr. Mario, Plague Inc., Resident Evil. Dass selbst Super Jens Spahn jetzt so entschieden für eine MPK ist, ist ein bisschen lustig, denn bisher hat er eigentlich immer großen Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass er die Sache komplett allein im Griff hat. Jetzt alle Landesfürstinnen und Landesfürsten mit ins Boot zu holen, ist zwar sicher sinnvoll, ist aber so ein bisschen, wie wenn du beim Gewichtheben groß rumtönst, du wirst heute einen neuen Weltrekord aufstellen, dann merkst, dass dir die Handel zu schwer ist und dann alle Bodybuilder um dich herum fragst. Ach so, nee, ich dachte, wir machen das so als Team, oder? Nee? Eine Sache habe ich noch, denn als wäre das alles nicht dulle genug, hat kürzlich unser Außenminister Heiko Maas auch noch die Idee in den Raum geworfen, um Geimpfte wieder früher am normalen Leben teilhaben zu lassen. Da habe ich genau eine Frage, welches normale Leben? Da ist es mir leid, aber Kneipen sind zu, Restaurants sind zu, Theater und Kinos sind zu. Also eins kann ich Ihnen sagen, falls sich irgendwo ein 80-jähriger Herbert findet, der einen Rave organisieren will, bei dem die 70-jährige Gisela dann Wodka Red Bull ausschenkt und der 90-jährige Berthold seinen Rollator wegschmeißt und so richtig derbe auf Ecstasy abgeht, dann sei Ihnen das von Herzen gegönnt. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.